Auch schon mal nachts aus eurer eigenen Suppe hochgeschreckt und euch die Frage gestellt, warum DeLorean eigentlich nur ein Modell auf den Markt gebracht hat. Nein, doch. Der Grund ist einfach. Auch wenn der DMC-12 heute Kultstatus besitzt, war er bereits bei seiner Vorstellung 1981 ein Kackfass. Verarbeitungsqualität auf Kickniveau und die Motorleistung eines Fahrrads standen in keiner Relation zu 75.000 DM Kaufpreis. Schnell standen sich die in Nordirland gebauten Alueimer, also die Gummis, in die Blechtrommel. Dass sich Gründer John DeLorean jedoch nicht lang gemacht hätte, um den Laden zu retten, kann man ihm nicht unterstellen. Sogar auf Koks-Schmuggel ließ er sich ein. Das Problem, das war ne Falle von den Schneesheriffs. Nach zwei Jahren schubsten die Arbeiter in Dunmurray den letzten Zwölfer vom Band. Dann war ein für alle Mal.